Da würde ich sagen, man muss nicht ein vierjähriges Studium an einer Universität absolvieren, sondern es reicht, wenn man die richtigen Menschen auf YouTube sich aussucht, sich zehn Videos von denen anguckt und man ist schlauer als 99,9 Prozent aller Menschen. Und was dafür notwendig ist, ist tatsächlich Zeit. Zeit, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dieses Lernen, das passiert auf verschiedene Arten und Weisen. Wir lesen. Wir lesen Fachzeitschriften, wir lesen Zeitungen, wir schauen aber auch. Wir schauen zum Beispiel YouTube-Videos, recht viele. Videos von Leuten, die Gurus sind in ihrem Bereich, die in der Lage sind, etwas Komplexes so zu verstehen, dass es bei uns ankommt und wir es verstehen und einordnen können, aber die offensichtlich wesentlich mehr Kenntnis über eine Sache haben.